Ladies and Gentlemen, rrrrrrrrrrrrrrrrrusik pupsik ist am Start und heute wird es Zeit mit den krassesten, mit den schnellsten und mit den besten Fahrzeugen im BMG die größte Rampe zu fahren und den heftigsten Weitsprung zu machen. Und deswegen lasst dann ein dickes Like da, abonnieren, den Kanal aktivieren die Glocke und schaut in die Kommentare, ob ich sowas nochmal machen soll, mit anderen Wagen oder nicht. Ganz ehrlich, bei 400 Links kommt morgen direkt das nächste Video und deswegen starten wir direkt. Schnellt euch alle an, es geht los, auf die Rampe, let's go Benutzt meinen Creator Code bei Epic Games auf Ehrenbruder Basis Und ich habe heute ganz besondere Fahrzeuge mitgebracht Ja, mein Meister, das ist Arangensaft, Arange Also wir können hier fahren schon mal, okay, Nitroglycerin aktivieren Okay, let's go Okay, Nitroglycerin ist aktiviert und so Let's go, let's go Das war gut, ja, das war sehr, sehr weit Leute, ich wusste ja auch nicht, dass dieser Arangensaft so ein Dreckswagen ist Ich will das nicht befahren, ich nehme mir jetzt einen richtigen Rennwagen hier Bas, Leute, gönnt euch mal dieses Gerät hier Was? Passiert hier? Okay Was passiert denn hier? Ich check absolut gar nichts, es geht komplett direkt hier Das Auto ist tot Aber es fliegt, es fliegt Es fliegt Babadu Was ist das denn? Das ist ja nicht mal mehr ein Auto, das ist ja gar nichts Wie kann das überhaupt so stabil sein? Das war das verpackteste Auto Aber es ist am weitesten bis jetzt geflogen Und deswegen, ja Platz 1, Leute Platz Nummer 1 Auf jeden Fall, Leute Unser nächster Kfz ist ein Lamborghini, Diablo GT, AMG-Paket, Lelele, Rasenmäher Ihr seht diesen Kandidaten, ihr denkt euch jetzt sicherlich Bruder, was ist das? Aber das ist unser neuer Rekordbrecher, Freunde Ich sag euch, wie es ist Ich sag euch, wie es ist Seht ihr diesen Rasenmäher-Funktion? Er mäht gerade Rasen Das ist so Rasenmäher Okay, ganz vorsichtig Ganz vorsichtig Ganz ruhig Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Er zieht komplett weg Der ist unlenkbar Den kannst du nicht fahren Den kannst du nicht fahren Was ist das? Was ist das? Bitte, ganz vorsichtig Bitte Und los geht's Aus diesem Grund, Leute Kommt jetzt hier Optimus Ja Optimus Prime mäßiges Ding Alter, wie passe ich hier? Warum tue ich? Guckt euch mal diesen Riesenspoiler Ich seh nicht mal etwas, Freunde Mit was fahren wir denn hier runter? Oh mein Gott, Digga Ich seh absolut nichts Okay, aber wir sind bereit zum Abheben Ladies and Gentlemen Wünscht mir Glück Oh Mein Spoiler ist weg Mein Spoiler Oh Rekord Ich hab zwar gerade alles verloren, was ich hatte Mein Spoiler ist abgeflogen Alles ist abgeflogen Aber ich bin am weitesten mit diesem komischen Auto geflogen Respekt an dieses Auto GG Deswegen, Leute Gehen wir zum nächsten Sportwagen Ich hab wieder einen Wagen für euch am Start Der ziemlich schnell ist Der Den niemand auf dem Schirm hat Das ist einfach dieser blaue Flitzer hier Und Ich zeig ihn euch jetzt einfach mal ganz kurz Ihr denkt euch jetzt sicherlich Bruder, was redest du da? Ich weiß es selber nicht Aber es sieht aus wie so ein Raumschiff oder so, ne? Es sieht aus wie ein Raumschiff Und vielleicht fährt das auch wieder aufschiffen Wir fahren einfach ganz schnell Und es ist wirklich schnell Und oh mein Gott Wir sind richtig schnell unterwegs Und Wir fliegen jetzt los Wir fliegen Alter, was haben wir heute für Fahrzeuge hier? Deswegen hole ich direkt den nächsten Speed Die Gonzales-Brecher Heute ein krasses Battle Hier ist er Orange Das ist die Orange Das ist die verbesserte Orange-Saft Okay, okay Kurz anfahren Und let's go Let's go Das schlägt aus Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Das ist Das ist ganz krass Ich bin komplett daneben gefahren Bin gegen die Wände gestoßen Und bin trotzdem so weit geflogen Ich will das jetzt einmal schaffen Ich will jetzt mit diesem Fahrzeug es schaffen Komm schon Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist Das ist Das ist Rekordverdächtig Das ist Rekordverdächtig Freunde Deswegen kommen wir zum nächsten Monster Freunde Guckt ihn euch an Ein komplett silbernes Fahrzeug Es sieht einfach unglaublich sexy aus Spiegelt komplett die ganzen Gegner Die ganzen Enemies Und deswegen geht es jetzt hier runter Und let's go Okay Mal gucken was der drauf hat Mal gucken was der Bruder hier drauf hat Mit Wirklichkeit gut Und fliegen Let's go Oh mein Gott Der fliegt krank Der fliegt wieder krank Eiii Digger wir haben heute nur krasse Fahrzeuge Merkt ihr das eigentlich Leute Nur krasse Bretter Und unser letzter Kandidat heute Leute Ein Ferrari Unser Ferrari Leute Ich bin jetzt echt gespannt Ob der Ferrari hier noch irgendwas rausholen kann Ich weiß gar nicht mehr wer gewonnen hat Alle heute krass Aber der Ferrari Der Ferrari Der gibt nochmal richtig Gas Der Ferrari Oh mein Gott Der beschleunigt Und ich wackele Und ich fliege trotzdem los Ja gut Das habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt So Leute Deswegen der nächste Kandidat Phantom Ein Phantom Ich würde sagen Das ist unser letzter Kandidat Wenn ich hier noch was reißen will Dann muss er sehr weit fliegen Zum Swimming Pool Oder so Let's go Oh mein Gott Der beschleunigt sehr stark Wir sind ziemlich schnell unterwegs Okay Der hat echt Potenzial Der hat Potenzial Oh mein Gott Oh mein Gott Ein sehr krasses Fahrzeug Aber er hat es leider nicht geschafft Freunde Schade Marmelade Und deswegen würde ich sagen Leute Lasst auf jeden Fall ein dickes Like Dabei 400 Likes Kommt morgen das nächste Video Abonniert den Kanal Um kein Content zu verpassen Und ich will euch einfach jetzt Zum Abschluss In die Schule schicken Ja ich weiß Es ist Wochenende Aber es ist Zeit für die Schule Ja Es ist Zeit Für die Schule Es ist Zeit Für die Schule Bis zum nächsten Video Leute Passt auf euch auf Und passt eben rein In der Schule auf Und ansonsten Fliegt ihr los Mit eurem Schulmus Ich bin da mal weg Wir sehen uns Auf der anderen Seite Auf Wiedersehen Hallo Wie weit kann ich fliegen Hallo Hier fliegen Flugzeuge Und ich fliege weiter als die Mir fällt nichts mehr auf Bis zum nächsten Video Ciao Abonniert den Kanal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal